Egal wo sie auftaucht, mit ihren leuchtend roten Haaren und den strahlend blauen Augen sticht Anna Ermakova sofort aus der Masse heraus. Ob im sexy Bikini mit XXL-Ausschnitt oder im knappen Top. Aufnahmen in freizügigen Outfits sind auf dem Instagram-Profil der 19-Jährigen keine Seltenheit. Doch dieses Mal bringt die Tochter von Boris Becker die Fans so richtig zum Schwitzen. In ihrer Story posiert Anna in Minirock und Spitzentop, kombiniert mit einer heißen Netztrumpfose und einem schwarzen Samthalsband. Ihre Minitaille wird durch einen breiten Gürtel ganz besonders betont und das Dekolleté ziert verführerische Spitze. Darunter blitzt ein BH in Neonpink hervor. Ganz schön sexy. Das Model gewährt uns hier nicht nur obentiefe Einblicke, sondern zeigt auch unten ziemlich viel Bein. Da vergisst man ja fast, dass es draußen eigentlich richtig kalt ist. Obwohl die meisten schon ihre warmen Winterjacken rausgeholt haben, ist die Tochter der Tennislegende aber mit beachtlich wenig Stoff unterwegs. Tja, da heißt es wohl Augen zu und durch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank.